Moin Moin, AutomatedLot hier und sagen wir mal, du hast einen Text, der schwarz ist und möchtest da eine Kontur drumherum haben, damit er lesbar ist auf einem dunklen Hintergrund. Also gehst du erstmal in unser Google Doc, was wir dir unten in der Beschreibung verlinkt haben, kopierst dir diesen Style raus, erstellst in Unbounce dein neues Style Sheet, das nennen wir mal Kontur, fügst das da ein und weil wir ja einen schwarzen Hintergrund haben, möchten wir eine weiße Kontur und dazu ändern wir einmal an diesen vier Stellen hier die Farbe zu weiß, weil die Kontur besteht aus vier Teilen. Und zwar ist das quasi ein Schatten, der nach oben links, nach oben rechts, nach unten links und nach unten rechts geworfen wird. Okay und jetzt brauchen wir noch die Element-ID, also klicken wir erstmal auf Done, wählen hier unseren Text aus, scrollen rechts runter, das ist LP-POM-Text 69, gehen zurück in die Kontur und fügen hier einfach die ID ein. Und wenn wir jetzt abspeichern und in die Vorschau gehen, siehst du, hat unser Text hier eine Kontur und das Gute ist, wenn du das so machst, ist das auch kompatibel mit Internet Explorer und Firefox, brauchst du da keine Sorgen machen. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.